Bei der Heimannschaft. Der Schiedsrichter pfeift ab und das Spiel endet denkbar knapp. 1-0. Sie wollten den Aufstieg und der ist seit heute fix. Klasse, sie treten in der kommenden Saison in Liga 6 an. Wenn sie sich jetzt auch noch den Titel sichern, dann war es die perfekte Spielzeit. Wie hast du die Leistung von Gündogan in dieser Begegnung gesehen? Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Der Schiedsrichter pfeift ab und das Spiel. Latte, aber die Chance lebt noch. Reus. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Da kommt der Schuss. Gute Aktion vom Torhüter. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal, auch das wieder eine Klasse. Gonzalo Castro, da geht er runter und kann den Ball abwehren. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Danny Welbeck, da macht er ihn rein. Gute Aktion vom Torhüter. Gute Aktion vom Torhüter. Schöner Volley-Schuss. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart.